Nicht all deine Gedanken sind wahr. Nur weil du etwas denkst, heißt das noch lange nicht, dass es wahr ist. Deswegen ist Meditation, Yoga und diese ganzen Geschichten, Beten auch in meinem Leben so wichtig geworden, weil du versuchst in diesen Momenten wirklich deine Gedanken auszuschalten und dich auf den jetzigen Moment zu konzentrieren. Und im jetzigen Moment zu sein, ist das Beste, was du für dich und dein Leben machen kannst. Je bewusster du dir dieser unbewussten Zustände in Geist und Körper wirst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du im Alltag ins Unbewusste abgleifst. Ich war selber in harten Depressionen. Ich war an dem Punkt, wo ich selber nicht mehr leben wollte und mir das Leben nehmen wollte und solche Geschichten, weißt du? Und das alles nur aus meinen Gedanken. Nur aus dem Grund, weil ich die ganze Zeit an die Vergangenheit gedacht habe und mich mit Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, identifiziert habe und mich jeden Tag aufs Neue davon wieder habe runterziehen lassen, bis ich irgendwann ganz tief war. Das bedeutet also, unsere Gedanken können uns krank machen. 6, 8, wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu stank. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich liebe euch alle. Liebe geht raus. Ich küsse euer Herz. Danke für die schönen, lieben Kommentare immer und für den ganzen Support auf diesem Kanal hier. Wirklich Liebe an euch. Und vom Chat natürlich auch hier. Ihr seht es hier oben. Da sind die Herzen am Start. Die Leute knallen Herzen in den Chat für euch auf YouTube. Liebe geht raus. Haut Herzen in die Kommentare unten rein. Haut ein paar Daumen nach oben raus. Ich wäre euch auf jeden Fall dankbar und verbunden. Ich freue mich sehr auf die nächste Reaction. Denn wir reagieren endlich mal wieder auf ein Video von Dr. Joe Dispenza, meine lieben Freunde. Und zwar heißt das Video, nicht all deine Gedanken sind wahr. Wichtig und richtig. Ich freue mich, denn ich habe das für mich auch realisieren müssen, dass nicht all deine Gedanken wahr sind und dass du dich nicht mit all deinen Gedanken identifizieren musst und dass du dich nicht von deinen Gedanken kontrollieren lassen musst, sondern dass du dich frei machen kannst von deinen Gedanken und dann immer noch was spürst, was da ist, was atmet, das Herz schlägt. Deine Seele ist immer noch da, auch wenn du nicht denkst. Deswegen ist Meditation, Yoga und diese ganzen Geschichten, Beten auch in meinem Leben so wichtig geworden, weil du versuchst, in diesen Momenten wirklich deine Gedanken auszuschalten und dich auf den jetzigen Moment zu konzentrieren. Und im jetzigen Moment zu sein, ist das Beste, was du für dich und dein Leben machen kannst. Denk nicht zu viel in der Vergangenheit. Mach dir keine Sorgen über die Zukunft. Sei hier jetzt. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Dr. Joe Dispenza. Liebe geht raus. Let's go. Die meisten Leute denken, wenn ihnen ein Gedanke durch den Kopf geht, das wäre die Wahrheit. Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse auf meinem eigenen Weg war, nur weil du etwas denkst, heißt das noch lange nicht, dass es wahr ist. Wenn du also 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag denkst, und das tun wir, und 90% dieser Gedanken dieselben sind wie am Tag zuvor, und du glaubst, dass deine Gedanken Einfluss auf dein Schicksal haben, dann wird sich dein Leben nicht groß verändern. Denn derselbe Gedanke führt zur selben Entscheidung, die wiederum zum selben Verhalten führt. Das ist so powerful. Das ist so powerful, Freunde, und ich will das wirklich so vielen Menschen wie möglich auch mitgeben und Leute dazu anregen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil deine Gedanken wirklich dein Leben zu einer Hölle machen können. Alleine deine Gedanken, die du im Kopf hast, können dein Leben jeden Tag wieder zu einem schlechten Tag machen. Und du kannst mit deinen Gedanken so viel lenken und steuern, und wenn du dein Bewusstsein unter Kontrolle bekommst, und wenn du realisierst, dass du nicht deine Gedanken bist und diese ganzen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, oder die Ängste, die du da drin hast und so, dann kannst du dein Leben wieder zu einer so geilen Journey, zu einer so geilen Reise machen, und dir keine Sorgen mehr machen, sondern einfach nur noch da sein und erleben und so. Und dann wird sich auf einmal alles anders anfühlen, von einem Tag auf den anderen. Ich war selber in einer harten Depression. Ich war an dem Punkt, wo ich selber nicht mehr leben wollte und mir das Leben nehmen wollte und solche Geschichten, weißt du. Und das alles nur aus meinen Gedanken, nur aus dem Grund, weil ich die ganze Zeit an die Vergangenheit gedacht habe und mich mit Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, identifiziert habe und mich jeden Tag aufs Neue davon wieder habe runterziehen lassen, bis ich irgendwann ganz tief war so. Und das alleine mit den Gedanken so. Und als ich angefangen habe, diese Gedanken wieder zu kontrollieren und meine Gedanken für mich zu nutzen und positiv zu denken und gute Dinge auszusprechen und im Moment zu sein, um mich nicht mehr so viel mit dem ganzen Scheiß zu identifizieren, der in der Vergangenheit passiert ist, umso mehr habe ich wieder das echte Leben gesehen und genossen. Du kannst das Leben aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen, wenn du nur dein Mindset veränderst so. Deswegen beschäftigt euch damit, Freunde. Das ist wirklich extrem powerful. Wir verhalten, führt zur selben Erfahrung und dieselbe Erfahrung löst dieselbe Emotion aus. Das bedeutet die Bewusstwerdung dieses Prozesses, dir bewusster gewahr zu werden, wie du denkst, handelst und empfindest. Man nennt das Metakognition. Warum ist das nun wichtig? Je bewusster du dir dieser unbewussten Zustände in Geist und Körper wirst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du im Alltag ins Unbewusst abgleitst. Er sagt einfach, was ich fühle. Deswegen erfüllt mich das so krass. Ich habe mich gestern gefragt, warum wir so lange nicht mehr auf ein Video von Joe Dispenza reagiert haben. Das ist natürlich mein Fehler, weil ich kein Video mehr rausgesucht habe, aber auch, weil keins im Discord mit dabei war. Und das ist aber wichtig auch für mich persönlich, mich mit diesen Videos auseinanderzusetzen und das mir auch wieder bewusst zu machen, weil es halt genau das ist, was in meinem Herzen ist und mit dem ich mich selber auch so viel beschäftige und was mich aus der Hölle rausgeholt hat. Und deswegen will ich auch gucken, dass ich in Zukunft auch mehr in die Richtung wieder mache, weil das erfüllt mich einfach extrem. Dieser Gedanke wird deinem Gewahrsein nicht mehr unbemerkt durchschlüpfen. Denn das ist es ja, was Erkenne dich selbst bedeutet. Das Wort Meditation heißt übersetzt mit etwas vertraut werden. Wie du also mit den Gedanken... Self-Realization, das ist die Key. Das ist das, wo wir alle nach streben sollten. Sich selbst zu realisieren, wer du wirklich bist. Außerhalb von deinen Gedanken. Außerhalb von dem, was du den ganzen Tag denkst und von deinen Ängsten und so. Sondern das, was du im Kern wirklich bist. Und deswegen ist es ja auch so wichtig mit Meditation etc. Das ist halt eine Sache, die leider oft belächelt wird. Und wo Leute sagen, ja, es ist Humbug und ja, der macht da seine Meditation und sein Ding und so. Aber es gibt... Glaubt mir, das ist wichtig. Beschäftigt euch damit. Haltensweisen und Emotionen des alten Ichs vertraut wirst, trittst du von diesem alten Ich zurück. So wie du neue Gedanken abfeuerst und verdrahtest und den Körper auf einen neuen Gefühlszustand konditionierst, und das oft genug, dann wird dir das mit der Zeit immer vertrauter. Das ist so wichtig. Genau wie bei einem Garten. Wenn du einen Garten anlegst, musst du das Unkraut loswerden. Du musst die Pflanzen vom letzten Jahr nehmen und sie herausziehen. Du musst dich selbst umprogrammieren und das ist auch ein Prozess. Das ist wie... Ich habe natürlich immer die Analogie auch mit Jim, weil ich das auch durchgelebt habe und gemerkt habe, wie viel Zeit und wie viel Kraft und wie lange das vor allen Dingen kostet, um sich da wirklich zu transformieren. Und genau so ist es auch mit deinem Bewusstsein. Du musst dich immer wieder zurückholen in deinem Bewusstsein, in deine Mitte. Und jedes Mal, wenn du dich zurückholst, ist eine Wiederholung. Und umso öfter du das machst, umso mehr wird es zur Routine. Wenn wir die nach oben wandern, genau wie unsere emotionalen Blockaden, müssen entfernt werden. Der Boden muss gelockert werden. Wir müssen Platz schaffen, um einen Garten anlegen zu können. Am meisten lernen wir über uns selbst und andere, wenn uns etwas unangenehm ist. Denn sobald dir etwas unangenehm ist, springt normalerweise ein Programm in dir an. Das Programm springt an, weil man nicht im jetzigen Moment sein und sich dem bewusst aussetzen möchte. Bringt man den meisten Leuten aber bei, wie sie das durch einen meditativen Prozess lernen können, dann stellt sich heraus, dass sie im Alltag weniger dazu neigen, emotional zu reagieren. Sie neigen weniger dazu, ihre Gedanken steif und fest zu glauben. Ihnen fällt eher auf, wenn sie in unbewusste Gewohnheiten zurückfallen. Und das ist der Auslöser für den Prozess der Veränderung. Genau da bin ich auch. Genau die Phase habe ich auch gehabt und bin auch immer noch da drin. Und es wird halt immer geiler. Ich werde immer bewusster und kann immer bewusster mit Dingen auch umgehen. Und ich sage euch eins, wenn ihr euch einmal damit beschäftigt und diese Brille einmal anzieht, dann könnt ihr die auch nicht mehr abnehmen. Dann könnt ihr auch nicht mehr unbewusst handeln, weil ihr seid dann einfach bewusst. Und was mir jetzt gerade auffällt ist, was auch crazy ist, ich habe zweimal Stopp gemacht. Einmal bei 1,11 und jetzt bei 2,22. Crazy. Auf jeden Fall merke ich jetzt mittlerweile, wie ich in alte Gedankenmuster reinkomme, wie ich Gedanken entwickle, die ich schon mal hatte früher und merke einfach, wie ich das aber mittlerweile bewusst auch steuern kann beziehungsweise einfach beobachten kann. Ich kann beobachten, wenn ähnliche Gefühle wie damals wieder hochkommen. Wenn ich merke, okay, mein Ego kommt gerade hoch oder wenn ich merke irgendwie, ich werde aggressiv. Ich merke das mittlerweile. Ich handle nicht einfach nur und es passiert nicht einfach, sondern ich sehe das, ich merke das Hochkommen, ich sehe das, ich spüre das und ich kann selber entscheiden, inwiefern gebe ich mich dem hin jetzt. Reagiere ich wirklich emotional? Lasse ich das zu? Lege ich es beiseite? Und das ist der erste Schritt in ein richtiges Bewusstsein und in deinem Self-Realization und Self-Control auch so. Wir müssen verlernen, bevor wir neu lernen. Wir müssen mit der Gewohnheit des alten Ich brechen, bevor wir das Neue erfinden. Wir müssen synaptische Verbindungen zurückschneiden und neue wachsen lassen. Wir müssen Verdrahtungen lösen und neu setzen. Wir müssen Emotionen vergessen, die im Körper gespeichert sind und den Körper auf ein neues Bewusstsein und neue Gefühle konditionieren. Eine Programmierung löschen und eine neue setzen. Darum geht es. Der Prozess besteht aus beiden Schritten. Die Leute kommen mit allen möglichen Ausreden an. Ihr Inneres gibt ihnen tatsächlich die Erlaubnis, weiterhin innerhalb ihrer Grenzen zu bleiben. Es ist erstaunlich, denn sie werden dir sagen, dass sie ihre Ängste wirklich überwinden wollen. Aber sagen wir beispielsweise, wir nehmen deinen Ex-Mann, legen ihm eine Zwangsjacke an, knebeln ihn und schießen ihn auf den Mond. Was jetzt? Was wirst du jetzt tun? Du wirst trotzdem noch diese Veränderungen herbeiführen müssen. Das heißt, wenn der Feind einer Person stirbt oder ihr Leben eine Wendung nimmt, durch die der Kontakt wegbricht, dann wird diese Person jemand anderen finden, den sie hassen kann. So ticken wir Menschen einfach. Wir holen uns einfach einen anderen Grund, um dies zu haben. So, entweder du programmierst dich selbst um oder du bleibst immer wieder der gleiche Typ. So. Emotionen zu fühlen. Ich denke, wenn die Menschen anfangen, das zu begreifen, und Wissen ist ja Macht, mit Wissen über dich selbst kommst du in deine eigene Kraft und Macht. Die Leute leben, wie gesagt, 70% ihrer Zeit in einem Stresszustand. Und Leben im Stress bedeutet Leben im Überlebensmodus. Alle Organismen der Natur können Stress kurzzeitig gut verkraften. Wenn ein Reh von einem Rudel Kojoten gejagt wird, dann fängt es, sobald es den Kojoten weggelaufen ist, wieder an zu grasen und das Ganze ist vorbei. Stress ist dadurch definiert, dass dein Gehirn und Körper aus dem Gleichgewicht geworfen sind, aus der Homöostase. Die Stressreaktion ist das, was der Körper instinktiv tut, um die Ordnung wieder herzustellen. Du fährst zum Beispiel die Straße lang, jemand schneidet dich, du trittst auf die Bremse, vielleicht zeigst du ihm den Mittelfinger, aber dann beruhigst du dich wieder und es ist vorbei. Ich habe auch für mich realisiert jetzt, gerade auch in der letzten Zeit, dass ich auch, dass ich einfach alles entspannter angehen muss, noch entspannter so. Ich bin schon ein bisschen relaxter geworden, seitdem ich mehr meditiere und Yoga mache und so, aber es gibt, es gibt noch ein entspannteres Level. Ich komme aus dieser Situation heraus, dass ich immer ein sehr hektischer, stressiger Typ war, der alles immer schnell und stressig erledigt hat. Selbst wenn ich keinen Zeitdruck habe, habe ich mir selbst Stress gemacht. Manchmal hatte ich die Situation, wo ich meine Trainingstasche gepackt habe und dann kurz Stopp gemacht habe und mir gesagt habe, Bro, warum machst du jetzt gerade so, als ob du nur noch zwei Minuten Zeit hast? Weißt du, wer kennt das? So ein Typ war ich halt. Und ich habe gemerkt, dass ich mich bewusst darauf konzentrieren muss, alle Dinge langsam zu tun. Alle Dinge langsam zu tun. Während ich die Dinge tue, durchzuatmen und wirklich alles so zu tun, dass es mich nicht stresst. Weil, Digga, dieser Stress, das hat einen körperlichen Effekt, das laugt dich aus, weißt du? Das sorgt dafür, dass man mal krank ist und diese ganzen Geschichten. Und, ja, alles ein bisschen langsamer zu machen, ist bei mir auf jeden Fall gerade so, was auf der Agenda steht. Zack, alles ist normal. Was aber, wenn es kein Raubtier ist, das auf dich wartet? Draußen vor der Höhle. Was, wenn es dein Kollege ist, der direkt neben dir sitzt? Und du schüttest den ganzen Tag lang diese Botenstoffe aus, weil der andere all deine emotionalen Knöpfe drückt. Wenn du die Stressreaktion anschaltest und nicht mehr abschalten kannst, dann stellst du die Weichen auf Krankheit. Denn es gibt in der Natur keinen einzigen Organismus, der auf Dauer im Überlebensmodus leben kann. Es ist genau so. Wissenschaftlich bewiesen, dass Stresshormone in der Langzeitwirkung Gene runterregulieren und Krankheit erzeugen. Wir Menschen können dank der Größe unseres Neokortex seine Stressreaktion allein durch unsere Gedanken auslösen. Wir denken an unsere Probleme und dadurch die entsprechenden Substanzen aus. Das bedeutet also, unsere Gedanken können uns krank machen. Wenn unsere Gedanken uns krank machen können, ist es dann auch möglich, dass unsere Gedanken uns gesund machen können? Ja, Digga. Ich liebe dich, Bro. Gott lautet ganz klar Ja. Was sind die Emotionen, die mit dem Überlebenskampf verknüpft sind? Zählen wir sie auf. Wut, Aggression, Feindseligkeit, Hass, Rivalität, Angst, Anspannung, Sorgen, Schmerz, Leiden, Schuld, Scham, Wertlosigkeit, Neid, Eifersucht. All das wird durch die Stresshormone erzeugt und die Psychologie bezeichnet sie als normale menschliche Bewusstseinszustände. Ich nenne sie veränderte Bewusstseinszustände. Wir prägen uns dramatische Erlebnisse durch den Überlebensmodus stärker ein, denn wir wollen vorbereitet sein, falls es wieder passiert. Sind die Überlebensgene aktiviert, dann können dir an diesem Tag 10 wirklich gute Sachen passieren und nur eine schlechte, aber du wirst nicht in der Lage sein, deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes als diese eine schlechte Sache zu lenken, weil die Gene für das Überleben aktiv sind. Digga ist powerful, Bro. Das muss regelmäßig Bestandteil unseres Streams sein. Falls ich das irgendwie vergesse, dann müsst ihr mich als Chat daran erinnern, weil, Bro, das ist so powerful. Geiles Video, Mann. Ich freue mich, dass ich endlich Joe Dispenser wieder ausgepackt habe, dass wir uns damit beschäftigt haben heute hier, weil, ja, das macht mich glücklich und es ist auch das, was ich Menschen unbedingt mitgeben will und ich sehe mich da in Zukunft auch. Ich werde irgendwann auch genauso wie er da sitzen und von genau den ähnlichen Themen reden, auf meine Art und Weise und versuchen Menschen ins Menschliche zurückzuholen, in ihr Herz zurückzuholen, ins echte Leben zurückzuholen, sodass sie das Leben wieder genießen können. Weil das ist das, was wir alle schaffen sollten, weil das ist, Bro, wir sind halt nur eine begrenzte Zeit hier auf der Erde und die Zeit sollte man so schön wie möglich gestalten und die haben uns halt versucht einzureden, dass es nur mit Geld geht und mit diesen ganzen Geschichten, mit Reichtum, mit Wohlstand, mit Materialismus und so, aber eigentlich ist die Glückseligkeit in dir selber, du musst es einfach nur selber anfangen zu aktivieren und dann kannst du glücklich sein, ohne irgendwas von außen und deswegen, das ist die größte und die wichtigste Message für die gesamte Menschheit meiner Meinung nach so und deswegen muss ich dieser Message auch folgen und bin froh, dass wir jetzt auf das Video reagiert haben. Geil, feiere ich. Chat, wie fandet ihr das Video? Habt ihr auch enjoyed?